Der Christian wird gleich eine Remote Viewing Session machen von Stufe 1 bis 3 und er wird das Ganze dann erklären, wie man das ganz genau macht, damit jeder Anfänger mal da irgendwie reinkommt, ein bisschen probieren kann und selbst überprüfen kann, ob das funktioniert und so weiter und ich werde ihm von seiner eigenen Seite eine Target Nummer geben, das heißt weder ich noch er weiß dann worum es geht und man kann sich erst nachher anschauen, was hinter dieser Nummer steckt, was für ein Bild, es geht um Bild in dem Fall, das würde ich auch jedem anderen empfehlen, also seine Seite ist c-rv.de, da gibt es dann diesen Target Generator, man kann sich eine Nummer geben lassen und nachher schaut man dann was es ist und kann es überprüfen. Ich werde ihn jetzt während der Session aufnehmen, die er dann machen wird und nachher sprechen wir dann zusammen drüber und dann erklärt er alles. Das heißt jetzt. So, also was brauchen wir alles? Ja, wir brauchen einige Blöden Papier und wir bräuchten einen, wenn es geht, schwarzen Stift. Warum muss der schwarz sein? Der Stift sollte schwarz sein, da Farben, die blau, rot oder ähnliches während der Session stören könnten und man dadurch einige Bilder assoziieren könnte. So, und wie geht es weiter? Was machst du da gerade? Als erstes beschrifte ich das Blatt. Ich fange an mit der Nummer, Vor- und Nachname, Datum, Uhrzeit. Das dient auch dazu, einfach einen gewissen Ablauf rein zu bekommen und den Kopf auch frei zu bekommen. Daher schreibe ich in der Mitte im Blatt, in der Mitte aufs Blatt PI, da steht für persönliche Empfindung. Dort schreibe ich hin, wie ich mich fühle und ob ich Vorannahmen habe zum Target. Also was das Target sein könnte, schreibe ich dort auch nieder. Und jetzt kommt das, wo die meisten am meisten Angst haben, das Ideogramm. Also ich schreibe die Target-Nummer auf und sobald ich die Target-Nummer zu Ende geschrieben habe, versuche ich intuitiv das Krakel, das Ideogramm aus dem Arm zucken zu lassen. Mhm. Was schreibst du da gerade? Zuerst teile ich das Ideogramm gefühlsmäßig ein. Das ist dann der erste Abschnitt. Nachdem ich meine, wo der erste Abschnitt endet, mache ich einfach einen kleinen Strich, eine kleine Markierung ans Ideogramm ran und nummeriere diesen Abschnitt. Danach schreibe ich neben dem Ideogramm A1, was steht dann für diesen Abschnitt und beschreibe erstmal den Kurvenverlauf. Wie sieht die Kurve aus? Ist sie gebogen, rund, sie fallend? Also richtig blöd ohne jetzt Remote-Fühling. Einfach so schreiben, was man sieht. Ganz blöd. Wie sieht die Kurve aus? Also der A1-Punkt hat doch im Endeffekt, oder also die ganzen A-Punkte haben keine Relevanz im Endeffekt für das Ziel so wirklich, oder wie ist das? Nee. Bei A1 fängst du sofort an, Kurvenverlauf zu beschreiben, um einfach den Verstand zu beschäftigen. Wenn du meinst, dass du diese Kurve fertig beschrieben hast, fängst du ganz einfach an, mit dem Stift in das Ideogramm reinzupiksen oder das Ideogramm nachzufahren. Also das kommt dann bei B, oder was? Nein. Bei A noch? B ist der Archetyp. Das kommt auch bei A. Okay. Ja. Ich kann mal sagen. Alle super. Alles super. Wird nicht geschnitten. Ja, erzähl mal. Ich schreib noch viel zu schnell. Untermal mal, was du da machst. Also im A-Abschnitt wird zuerst den Linienverlauf beschrieben. Wenn du damit fertig bist, dann piekst du ins Ideogramm rein oder fährst dieses nach und versuchst einfach mal zu fühlen, was nimmst du für Farben wahr oder wie fühlen sich die Oberflächen an. Allerdings sollte man sich darauf vielleicht noch nicht versteifen und vielleicht auch mal nach Dimensionen oder anderen Eindrücken schauen. Du machst da jetzt erst zu jedem einzelnen Abschnitt den A-Punkt. Ja. Danach B. Nee, B mache ich nicht. Machst du nicht? Nee. B sind die Archetypen. Na gut. Das braucht man eigentlich sogar. Das braucht man. Ja, ich habe das immer so gemacht. Aber ich kann das ja auch nicht. Dann schreibe ich A-I. Da steht für eigene Emotionen vor Ort. A-I wie eigene Emotionen. Ästhetical Impression. Okay. Eigene Emotionen vor Ort. Und jetzt machst du das gleiche nochmal. Jetzt mache ich die Stufe 2 nochmal. Das ist die Stufe 1. Äh, siehst du? Ja, siehst du? Ja, Stufe 1 kann man zweimal machen, um den Kontakt zu verstärken. Ist aber nicht zwingend notwendig. Einfach die Stufe 1 so wie gehabt wiederholen. Und jetzt unabhängig von dem Kurvenverlauf, Beschreibung hier, was ja für jeden Blödi zu machen ist. Wie nimmt man denn jetzt eigentlich sowas wahr, wenn du da meinst, man fährt mit dem Stift drüber oder piekst da rein und soll mal reinfühlen. Das ist gemein. Ja. Entweder bekommt man die Eindrücke in Form von Flashs, kleinen Blitzen, die im Kopf kurz aufblitzen oder man bekommt diese Eindrücke einfach als Wort im Kopf. Sie sind einfach da. Und wenn man sich was ausdenkt, ist das ein guter Hinweis darauf, dass es nichts damit zu tun hat. Wichtig ist dabei nicht zu denken. Und dafür dann immer ganz viel schreiben, dieses ganze Protokoll einfach stur machen. Also wichtig ist eigentlich Geschwindigkeit und während der Session nicht zu denken. Und ein Vordruck, wie es dann auch gibt, wäre nicht so sinnvoll? Oder wo schon die ganzen Punkte draufstehen, die man noch ausfüllen muss? Also für Anfänger halte ich Vordrucke nicht für sinnvoll. Das Protokoll, das man selber schreibt, das beschäftigt ganz einfach den Verstand und dafür ist das Protokoll eigentlich auch gedacht. Erklär doch mal, was du gerade machst. Da schaue ich Begriffe auf, mal Eindrücke. Also nochmal zugleich, du unterteilst die Linie in so viele Abschnitte, wie du es für richtig hältst. Ja, ich unterteile das Idiogramm in einzelne Abschnitte, so wie ich nach Gefühl meine, dass es richtig ist. Und für jeden Abschnitt gibt es dann einen A-Punkt, A1, A2, A3. Für jeden Abschnitt A1, A2, A3. Und unter den A steht dann was genau? Unter dem A steht dann erstmal der Kurvenverlauf. Und danach kommen dann Eindrücke, die man durch Abtasten des Idiogramms einfach empfängt. So, und jetzt kommt Stufe 2. Ja, Stufe 2 beginnt man auch wieder mit der Seitennummerierung, oben rechts. Links schreibt man S2 für Stufe 2. Du hast auch S3 hingeschrieben. Oder Arschloch, das sieht man auch gar nicht. Okay, dann geht es los mit den Farben. Ja, da geht es wieder los mit Farben, Oberflächen, weil das noch nicht so starke Eindrücke sind. Und wie kommen die dann in den Kopf? Es ist einfach da, man weiß das einfach. Okay. Soll halt jeder mal einfach probieren, ob es einfach im Kopf ist oder nicht. Und wenn nichts ist, einfach weitermachen, schnell. Wenn nichts mehr kommt, nicht länger wie drei Sekunden warten. Und sonst schaltet sich der Verstand wieder ein und produziert dann falsches Zeug. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich dann da zwangshaft versucht habe, irgendwas zu kreieren. Und da habe ich irgendwas ausgedacht, weil ich wollte bei jedem Punkt irgendwas stehen haben. Aber die meisten Bilder sind ja gar nicht so komplex. Das ist eigentlich, da merkt man, da waren jetzt auch gar nicht wirklich viele Farben. Oder so. Oder manchmal sind gar keine Gerüche oder Geschmäcker da. Also was sind das alles für Punkte? Erzähl mal. Ja, das sind Farben, Oberflächen, Gerüche, Geschmäcker. Die muss man alle parat haben. Temperaturen. Ja, das sollte man auswendig lernen. Im Grunde geht es erstmal darum, das Protokoll auswendig zu können. Und einfach zu unterscheiden. Zu lernen, was sind richtige Eindrücke und was sind AOLs. AOLs. Das ist eine analytische Überlagerung. Das heißt, dass der Verstand aus den Eindrücken, die wir generieren, ein komplexes Bild erschafft. Und diese Bilder sind in der Regel zu 95% falsch. Die werden dann nach unten rechts, immer auf den Blättern, unter dem Punkt AOL aufgeschrieben. Und das Wort wird dann auch durchgestrichen und man sollte sich dann auch von einem Bild freimachen. Also zum Beispiel das Typische, dass man aus Blau dann direkt Wasser machen will. Zum Beispiel. Und dass man deswegen auch einen schwarzen Stift benutzen soll. Zum Beispiel, wenn man feucht und blau hat, könnte man gutes Wasser draus basteln. Was ist jetzt bei Dimensionen? Was ist darunter zu verstehen? Unter Dimensionen sind Eindrücke wie Breit, Länge, Rundung, Tiefe, kantig, stehend. Und Bewegungen hören auch dazu. Ist es massiv oder hohl? AI interessant, so wie du es findest, das Ziel? Das sind meine eigenen Emotionen vor Ort. Unten hast du jetzt AOL Tier gehabt. Hast du durchgestrichen und aus dem Kopf damit? Das AOL Tier habe ich wahrgenommen, weil sich dort etwas bewegt hat und ich dann gleich wieder ein Tier rein interpretiert habe. Okay, also wenn es vom Verstand kommt, aufschreiben und weg damit. Das ist blöd. Ja, wenn es vom Verstand kommt, einfach aufschreiben und weg damit. Im Grunde alles aufschreiben. Ist ja ein Protokoll. Soll ich ja alles reinnehmen. Es wird alles aufgeschrieben. Das geht, wie gesagt, nicht. Auch jeder blöde Gedanke. Ja? Ja. Stufe 3. Stufe 3 wird wieder memoriert oben. S3 für Stufe 3. Und dann fängt man ganz einfach sofort an zu zeichnen. Ganz grob skizzieren. Es muss keine detaillierte Zeichnung werden. Einfach wie man meint. Dass man das Gefühl hat, der Verstand stellt sich ein. Da kann man dazu übergehen, Farben und Oberflächen in die Skizze einzutragen. Und vielleicht auch einfach mal mit dem Stift einfach nachfühlen. Wie fühlt sich die Oberfläche an? Ist es vielleicht glatt oder ist es hart? Diese Fragen kann man sich ja gut im Kopf stellen. Wie fühlt sich das an? Und dann kommt das auch schon automatisch. Und was malst du da jetzt? Was ich da male, das weiß ich nicht. Also du tust nicht mit Verstand malen oder wie läuft das ab? Nein, ich fühle einfach rein. Wie fühlt sich das an? Und dementsprechend male ich dann ganz einfach nach Gefühl, nach Lust. Wenn ich meine, da kommt was hin, dann male ich da was hin. Und die Eindrücke von Stufe 2? Haben die jetzt hier noch einen Einfluss drauf? Oder sind die jetzt egal schon wieder? Egal. Ne. Die Eindrücke aus Stufe 2 sind da nicht egal. Die kann man... Die sollte man dort eintragen, wo man meint, dass sie dorthin passen. So, jetzt hast du Ende geschrieben. Nun habe ich Ende geschrieben, habe es dreimal unterstrichen, um nicht, um meinem Unterbewusstsein auch zu sagen, dass ich mich jetzt vom Target löse. Und hast du nochmal die Uhrzeit hingeschrieben? Ja, schön. Was fängt man jetzt mit dem Resultat an? Mit dem Resultat kann man eigentlich nicht viel anfangen. Damit kann man eigentlich nur für sich überprüfen, ob Remote Viewing jetzt funktioniert oder nicht. Stufe 1 bis 3 ist nur ein grober Kontaktaufbau. Also ab welcher Stufe wird es dann richtig konkret? Richtig konkret wäre das erst so ab Stufe 4. Also was sind die vorherigen Stufen jetzt wert? Wenn du jetzt das Resultat von Stufe 3 hast, was bringt dir jetzt 2 und 1? Haben die irgendeine Relevanz? Das ist auch... Stufe 1 bis 3 dienen nur Kontaktaufbau. Ich meine, generell, was bringen die Stufen vorher? Stufe 1 ist dafür da, um in die Stufe 2 zu kommen. Stufe 2 ist dafür da, in die Stufe 3 zu kommen. Und 3, um in die Stufe 4 zu kommen? Um in die Stufe 4... Und Stufe 4, um in die Stufe 6 zu kommen. Von 4 in 6? Ja, das kann man gut überspringen. Okay. Stufe 1 bis 4 kann man vergleichen mit dem Browser, den man auf dem PC hat, der dann die Seite lädt. Und in der Stufe 4 hat man sozusagen die Links, die man mit der Stufe 6 klicken kann. Da kann man gucken, was verbirgt sich dahinter. Und jetzt verglichen mit dem Target, was hältst du von deiner Session? Was gibt es für Übereinstimmungen? Wenn man sich die Stufe 3 anguckt, dann sieht man ja nur eine grobe Skizze von dem Ziel. Das ist keine detaillierte Zeichnung. Also du hast in Stufe 3 eine Beschriftung, massiv, schwer, etwas wird geschoben, was steht da? Glanz. Das ist Glanz. Und rötlich. Was Rötliches wahrgenommen. Kantig, Bewegung, Grau. Mein Eindruck war teuer. Ja, mit Sicherheit. Die Bewegung scheint sich da auf die... Du hast unten eine ganz große, graue Fläche. ...Masse zu beziehen. Und die große, graue Fläche spricht schon für sich. Das ist dann die Straße. Diese Huggel da, sind das die Leute oder was? Das habe ich nochmal einzeln gezeichnet. Das habe ich so wahrgenommen, diese runden, die vielen runden Dinger, das scheinen die Menschen zu sein. Und in den vorherigen Stufen? In der ersten Stufe hatte ich hier schon... Ja. Schwer hast du auch. Schwer, massiv, massig, trocken, rau, uneben. Das sind dann schon so Eindrücke, die man in Stufe 1 schon... Ist jetzt natürlich ein blödes Target, weil da so viele Details sind. Ist nicht so eine eindeutige Sache. Gerade wenn da jetzt so viele Leute sind, empfängst du doch automatisch auch tausend Emotionen, oder? Ja, durchaus. Das ist natürlich sehr chaotisch dann. Man sollte sich wohl eher Targets nehmen, die einfacher strukturiert sind. Also zum Lernen. Ja, also zum Lernen würde ich dann so Bilder raussuchen, wie Pyramide, einen Eiffelturm, oder Orte, die man vielleicht sogar kennt. Es müssen ja nicht nur Bilder sein zum Üben, man kann auch Gegenstände nehmen. Aber nochmal zur Klarheit, der Viewer darf das Ziel ja nicht kennen. Der Viewer darf das Ziel nicht kennen. Sonst macht er sich im Verstand nur irgendwas zurecht. Am besten einfach einen Freund fragen, ob er ein Bild für ihn raussucht. Aber ich habe schon Werbung für deinen Target-Generator gemacht. Und in Stufe 2, was man da noch schön ist? In Stufe 2 machen wir eigentlich fast dasselbe wie in Stufe 1, nämlich nur grobe Eindrücke generieren. Ich meine jetzt in Verbindung zu dem Target. In Verbindung zum Target. Gelb, weiß, grau, braun, schwarz. Ja, ist alles drin. Moderig riecht es. Ja, kann man nicht wissen. Oberflächen weich. Nachgebend und hart. Geschmäckerlöslich. Doch trocken. Wie kann sich etwas löslich schmecken? Locker. Das war irgendwie locker. Ach so. Temperatur kühl, feucht. Geräusche von Lebewesen. Was hast du da gehört? Ich wusste nur, dass Geräusche sind, die von Lebewesen kommen. Also hätte es auch ein Vogel sein können. Das hätte ein Vogel sein können, aber das wäre wieder AOL-Vogel. Ja, aber du hast doch was gehört irgendwie, oder? Ja, das ist so. Wie lautes Kreischen, aber ich schreibe da nicht lautes Kreischen auf, sondern das ist dann wieder lautes Kreischen, das würde ich wieder auf Menschen beziehen. Breitlang, was ist das? Rundung? Breitlang, Rundung, Tiefe, kantig, stehend, Bewegung auf einer Stelle. Ja, gut. Das sind alles sehr grobe Eindrücke, auf jeden Fall kein einziger, der halt nicht passen würde. Und was kann man alles viewen und was kann man nicht viewen? Also zum Anfang auf jeden Fall mal Bilder nehmen, zum Training. Wenn ich jetzt die Emotionen von der Person als Target nehmen würde, was würde ich dann als Farbe sehen oder als Oberfläche? Käme dann überhaupt irgendwas? Ja, wenn die Emotionen das Target sind, dann kämen nur Emotionen wahrscheinlich. Das heißt, wie würde man das einsortieren bei Stufe 2? Das sind ja gar nicht so viele Punkte. Also Temperaturen, Geräusche, das passt alles nicht zu Emotionen. Nee, das würden kaum Daten ergeben. Okay. Und Bild malen könnte man auch nicht, oder? Man könnte schon Bild malen, aber es würde noch weniger Sinn ergeben wie das hier. Und dann Emotionen, soweit ich weiß, die kommen dann erst in Stufe 4 richtig rein, oder? Das kommt erst in Stufe 4 richtig rein. Es kann schon passieren, dass man das in Stufe 1 wahrnimmt, aber das hängt dann jeweils vom Training ab und wie man das Ganze selber wahrnehmen kann. Und man kann nur echte Dinge wahrnehmen, also viewen. Nicht jetzt irgendwie, was computergeneriert ist oder was mit Photoshop zusammengeschoben ist oder so. Nee, das ist ganz schlecht. Es sollten unbearbeitete Fotos sein. Und Schrift und Zahlen hast du mal gesagt, kann man auch nicht viewen. Mir persönlich geht es so, dass ich Beschriftungen wahrnehme oder Nummerierungen. Da hattest du jetzt auch in Stufe 3, Beschriftungen. Es gibt nur sehr wenig Viewer, die das Ganze auch lesen können. Also es geht aber theoretisch. Theoretisch. Aber kaum einer kann das. Ja, man kann ja jetzt jeder einfach mal ein bisschen rumprobieren. Also zum Üben eignet sich auf jeden Fall mal der Target-Generator. Ja, schön. Ja. Gut. Ja. 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 Vielen Dank.